Ich wollte immer einer sein, der so im Mittelpunkt steht, und das ist immer so ein Typ, der eigentlich viel Blödsinn macht und, keine Ahnung, immer im Sekretariat sitzt. Ich benutze Liebe, was ich mache, ich benutze die Realität, die jeden Tag in unserer Welt passiert. Ich versuche, dass sie nicht verstanden ist. Ich glaube, wenn man überall hört, Hauptschule, 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 dann wird man irgendwo abgestempelt. Nach 11 Jahren in der Zeit habe ich den Kraken gesehen. Ich habe mich überprostetiert. Als ich mit 12 Jahren war, war ich 27 Kilo. Morgen ist unser großer Tag auf der Bühne, morgen steht hier vor 1.000 Leuten. Gebt alles. Okay, in 2 Tagen ist unser gewöhnliches Show, das für den ganzen Brasilien wird. Ich finde, es hat einen besonderen Reiz, gerade mit Jugendlichen zu arbeiten, von denen die Gesellschaft sagt, dass sie nicht so viel drauf haben, dass sie vielleicht keine Zukunft haben. Aber hinter denen, in denen decken wir besondere Schätze. Ich sage jetzt mal, der Wille zählt, überhaupt da ranzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich kann tanzen. Okay. Du kannst tanzen. Du kannst in der Tanzschule gehen. Das ist okay. Für mich ist das nicht der Objektiv. Als Jugendlicher, da hast du auch so viele Faktoren im Kopf. Wenn das halt alles zusammenkommt, dann bist du als Jugendlicher natürlich ab und zu mal ein bisschen aufgeschmissen. Du kannst einfach etwaswisschen. Sieículo sind nur, dass es so viele denken, dass die Dinge, wie man denken, dass man so nicht kann. Es lohnt man selber schuert oder nicht. Man weiß einfach besser, warum. Theater ist die Kommunikation. Man kann nichts zu verabhängen. Der Moment in der Bezug auf die Analyse beginnt, dort bist du. Du bist die bolder der Werke, durch die Dance, durch Singen, durch und Havebeifiziel. Wir wollen ein schönes Bewegung zeigen, oder wollen wir zeigen, dass die Leute, dass die Art, die wir zeigen, ist eine Realität. Das ist ein Moment nach dem ich vor. Sie werden es auspüren, aber vielleicht, vielleicht werden Sie etwas herausfinden. Wir zeigen uns die Realität.